Es gibt Momente im Leben, da musst du einfach springen. Und jetzt? Jetzt schalten wir den Kopf aus! Diese Momente sind wichtig. Ich glaube, es wird sich alles verändern. Was ist, dass ihr erwachsen werdet? Diese Momente und zu viel versprochen wird gar keinen Fall sind alles. Also spring! Und wenn du hinfällst, steh auf!